Bhagavad Gita, zweiter Gesang, der Pfad der Unterscheidung, Sankhya-Yoga. Der Erzähler Sanjaya sprach, Vers 1, So saß mit Augentränen voll Arjuna Kram umdünstert da, doch zu dem tiefgebeugten Freund sprach also Madhusudana. Schrie Krishna sprach, Vers 2,2 Wie kommt es, dass im Unglück jetzt Verzagtheit deinen Sinn ergreift, die dir den Weg zum Himmel schließt, auf Erden Schande auf dich häuft? Vers 2,3 Verzweifle nicht, o Prieta-Sohn, nicht ziemt sich dies deinem Heldensinn, Ermanne dich, Parantapa, gib dich nicht schwachem Kleinmut hin. Arjuna sprach, Vers 2,4 Wie dürft ich Bhishma doch, o Freund, mit Pfeilen in der Schlacht betreuen und würde mich nicht Drohners Mord des würdgen Helden bitter reuen? Vers 2,5 Besser betteln gehen als Reichtum, durch Verwandtenmord errungen, wenn sie auch von Gier verblendet, selbst uns zum Kampf gezwungen. Vers 2,6 Ich weiß nicht, was schwerer wieget, ob Erfolg, ob Unterliegen, denn wir müssen über Brüder, deren Tod uns Leid bringt, siegen. Vers 2,7 Dir vertrau ich, mir verwirren, Kram und Furcht, verschuld die Sinne. Deinen Schüler lass, was Unrecht und was Recht sei, werden inne. Vers 2,8 Ach, ich sehe nicht, wie Linderung meinem Kummer könnte werden, wer ich herrsche auch der Götter und des Größenreichs auf Erden. Vers 2,9 Govinda, hör, ich kämpfe nicht, dies ist und bleibt mein fester Will. Der Erzähler Sanjaya sprach Sprach, der, des Name Sieg verheißt, uns tief bekümmert, schwieg er still. Vers 2,10 Im Zwischenraum der Heere nun hub Krishna an, Obharata, und sprach mild lächelnd, als er ihn in tiefes Leid versunken sah. Shri Krishna sprach Vers 2,11 Dein Wort scheint sinnvoll, doch du klagst, um die, die nicht beklagenswert. Ein Weiser klagt um niemanden, dem Leben oder Tod beschert. Vers 2,12 Nie war die Zeit, da ich nicht war, und du und dieser Fürsten schar. Nie kommt der Tag, da wir nicht sind, im Lauf der Zeit herbei für wahr. Vers 2,13 Die Seele reißt in diesem Leib zur Kindheit, Jugend, Alte hin. So geht sie auch zum neuen Leib, das täuscht niemals des weisen Sinn. Vers 2,14 Verbindung mit dem Stofflichen schafft Glut und Kälte, Glück und Schmerz. Die gehen und kommen dauerlos, ertrage sie mit starkem Herz. Vers 2,15 Denn wer sie duldet, unberührt, wer standhaft ist in Freud und Leid, wer gleich sich bleibt zu jeder Frist, der reift für die Unsterblichkeit. Vers 2,16 Nie wird das Nichtsein wesenhaft, und wesenlos wird nie das Sein, des Seins und Nichtseins Unterschied, zieht jeder Wahrheitskunge ein. Vers 2,17 So wisse unzerstörbar ist, was die gesamte Welt durchdringt, was unvergänglich wandellos, dessen Zerstörung nie gelingt. Vers 2,18 Vergänglich sind die Leiber nur, der ewige Geist, der sie beseelt, ist ohne Ende, ohne Maß, drum sei von dir der Kampf gewählt. Vers 2,19 Wer meine, die Seele töte je, und glaubt auch, irrtut man dies an, der irrt, die Seele tötet nicht, auch niemandem sie ermorden kann. Vers 2,20 Wer weiß, dass diese ewig bleibt, wie sie von je gewesen schon, Wie kann der einen Mord begehen, wie Mord anstiften, Britas Sohn? Vers 2,22 Wie die Menschen sich des frischen Kleides nach dem alten freuen, also tauscht die Seele immer alte Leiber mit den neuen. Vers 2,23 Kein Pfeil die Seele spalten kann, der Flamme Hitze brennt sie nicht, und weder Dörren windet sie, noch netzet sie der Meere gischt. Vers 2,24 Unsichtbar, unveränderlich, undenkbar auch wird sie genannt. Drum klage nicht, nachdem du so der Seele Wesen hast erkannt. Vers 2,26 Doch glaubst du, sie sei untertan, dem Walten von Geburt und Tod, auch so tut um die Seele nicht, o Arjuna, die Trauernot. Vers 2,27 Vergehen muss das, was entstand, und wiederkehren, was vergeht. Aus diesem Grund beklage nicht, was unvermeidlich fortbesteht. Vers 2,28 Du siehst der Wesen Ursprung nicht, und auch ihr Ende siehst du nicht. Du kennst nur, was dazwischen ist, darum, du Edler, klage nicht. Vers 2,29 Als ein Wunder sieht's der eine, von dem Wunder redet einer, von dem Wunder hört ein Dritter, doch ergründen kann es keiner. Vers 2,30 Die Seele, die den Leib bewohnt, ist ewig und unwandelbar. Drum klage nie, o Barata, um eines aus der weisen Schar. Bedenke auch, was sich gehört, für dich und darum wanke nicht. Denn fechten im gerechten Kampf, das ist des Kriegers erste Pflicht. Vers 2,32 Im Kampf, der sich von selbst ergibt, erkennt der Kriegerstamm sein Glück. Der öffnet ihm das Himmels Tor, und deshalb weicht er nicht zurück. Vers 2,33 Ja, wahrlich wirst du diesem Kampf, den Pflicht gemessen, nicht bestehen. So wirst dein Ruhm der Tapferkeit und Frömmigkeit zugrunde gehen. Vers 2,34 Und alle Menschen werden laut, hinfort verkünden deine Schmach. Die Schande setzt ein edler Mann dem ehrenvollen Tode nach. Vers 2,35 Arjuna mied aus Furcht die Schlacht. So denken alle Helden dann, die deinen Ruhm einst hochgeehrt, sie sehen dich mit Verachtung an. Vers 2,36 Mit schlimmen Worten werden dich fortan die Widersacher schmähen. Wenn man bespöttet deinen Mut, kann dir noch Schlimmeres geschehen. Vers 2,37 Besiegt gehst du zur Himmelswelt, als Sieger wird die Erde dein, drum stelle dich, o Kunti Sohn, entschlossen deine Feinde rein. Vers 2,38 Ob Sieg, ob Tod, Gewinn, Verlust, bei Glück, sowie bei Ungemach, mit Gleichmut kämpfe diesen Kampf, dann trifft dich niemals bittre Schmach. Vers 2,39 So lehrt das Sankya dich, doch nun vernimm der Yoga-Lehre Geist, die dich, wie du der Werkeband abstreifen mögest, unterweist. Vers 2,40 Dort gibt es keinen Misserfolg, es schwindet nie, was je begann, ein wenig von der Leere schon, befreit von aller Schrecken Bann. Vers 2,41 Sie hat Entschlusskraft und Vernunft als eine Einheit offenbart, denn endlos ist und viel verzweigt der unbeständigen Sinnesart. Vers 2,42 Vers 2,43 Das Hochgeburt und Himmelswelt als Lohn der guten Taten preist und nach der großen Opferzahl Glückseligkeit und Macht verheißt. Vers 2,44 Wer tief in sich Genuss erstrebt und himmlische Glückseligkeit, gelangt niemals, o Britas Sohn, zur Ruhe und Beständigkeit. Vers 2,45 Drei Gunas zeigt der Weder auf, erheb dich über diese drei, sei sorglos rein, im Selbst gefasst, vom Paar der Gegensätze frei. Fußnote 1 Guna Das Sanskrit-Wort Guna bedeutet Qualität, Grundeigenschaft, Kette, Fessel, Seil. Die Bhagavad-Gita und andere vedische Striften unterscheiden zwischen dem trägen oder unbeweglichen, finsteren Tamas, dem aktiven, feurigen und leidenschaftlichen Rajas, sowie dem ruhigen, lichten, friedvollen und wissenden Sattva. Die Gunas sind Grundeigenschaften der materiellen Wandelwelt. In verschiedenen Mischungsverhältnissen sind die Gunas immer anwesend und ihr Einfluss bindet an die materielle Welt. Der vierzehnte Gesang der Gita enthält eine Darstellung der Lehre von den Gunas, ihrem Einfluss und ihren Wirkungsweisen. Über sie hinaus zu gelangen ist eine überaus schwere Aufgabe und bereits die ersten Schritte auf dem Yoga-Pfad können ihre Wirksamkeit erahnen lassen. Eine Andeutung der unerhörten Macht der Gunas finden wir in der Aussage der Shastras, dass Brahma mit dem Guna Rajas die Welt formt, Vishnu sie mit dem Guna Sattva behütet und Shiva sie mit dem Guna Tamas zerstört. Einer der hohen Berge des Himalaya-Gebirges trägt den Namen Tri-Shul. Tri-Shul ist der Dreizack, den Shiva emporhält und dessen drei Zinken aus Sattva, Rajas und Tamas, den drei gewaltigen Gunas der Maya, bestehen. Niryoga, Gshema, Freiheit von der Sorge um Gewinn und Erhalt Atmerwahn, im Selbst verankert, des eigenen Selbst, Atman vollkommen bewusst. Vers 2.46 So wie ein See den Zweck erfüllt, von allen Brunnen rings im Land, hat aller weder ein Ziel erreicht, wer ihre höchste Weisheit fand. Fußnote 2 Das Wort Veden bezeichnet die Gesamtheit der ältesten heiligen Texte der indischen Literatur. Gemäß der Vaishnava-Lehre hat das Wissen der Veden einen übersinnlichen Ursprung. Seine vier Hauptteile enthalten Verse, Rigveda, Lida, Samaveda, Opfer, Yajurveda und Schutzgebete, Atarva-Veda. Weitere Bestandteile sind die Samitas, Brahmanas, Aranyaksas und die Upanishaden. Der Inhalt der Upanishaden wurde von Vyasa in den Brahma-Sutras oder Uttara-Mimamsa zusammengefasst. Aus der Sicht der Vaishnava-Schulen ist das von Vyasa verfasste Srimad Bhagavatam, Bhagavad-Purana, die bedeutendste Sinnerklärung der Brahma-Sutras. Die Itihasas und die Puranas einschließlich des Mahabharata werden der fünfte Veda genannt. Der sogenannte Werkteil der Veden, Karmakanda, kann bildlich gesprochen, wie ihre äußere Schicht verstanden werden. Er behandelt die vorgeschriebenen Pflichten der Menschen und beschreibt Opfer- und Ritualanleitungen, die die Erfüllung materieller Wünsche verheißen. Sie ermutigen diejenigen Menschen, allmählich Selbstverwirklichung zu erlangen, die in der Erfüllung dieser Wünsche den Sinn ihres Lebens sehen. Die Vielzahl der Rituale lässt nicht immer sofort auf das Ziel dahinter schließen. Die Veden insgesamt, Sarve-Schuh-Vede-Schuh, lehren jedoch, dass es das Ziel des Lebens ist, den Urgrund allen Seins zu erkennen und damit zu wissen, in welcher Beziehung das Selbst zu ihm steht. Die wahre Frucht der Veden ist Bhakti. Genauso wie man die Wassermenge, die eine kleine Quelle zu spenden vermag, von einem größeren Gewässer sofort und in größerem Umfang erhalten wird, können alle die verschiedenen Einzelziele, zu denen die Veden führen, auch auf einmal erreicht werden, wenn man das Ziel hinter ihnen versteht. In den Worten der Gita benötigt man dazu Vigyana, die höchste Erkenntnis und Unterscheidungsfähigkeit zwischen Handlungen, die auf materielle bzw. spirituelle Ziele ausgerichtet sind. Krishna beginnt, ab Vers 2.42 zwischen diesen beiden Strömungen innerhalb der Veden zu unterscheiden. Und nun warnt er Arjuna davor, sich dem Blumenwort, der bereicherte Veden anzuvertrauen, die materiellen Erfolg und verfeinerten Sinnengnuss in dieser oder einer himmlischen Welt versprechen. Die Veden sind äußerst vielschichtig und ihre einzelnen Bereiche stellen Sprossen auf der Stufenleiter der Erkenntnis dar. Krishna warnt Arjuna davor, bei der Betrachtung der Teilbereiche nicht den spirituellen Gesamtzusammenhang zu übersehen. Vigyan bedeutet, diesen Zusammenhang zu erfassen und über Unterscheidungskraft, Einsicht und Erkenntnis zu verfügen. Wer dies vermag, kennt das Ziel der Veden und gleicht dem großen Gewässer, welches den Nutzen eines Brunnens um ein Vielfaches in sich trägt. Vers 2.47 Dein Anrecht ist, das Werk zu tun, nicht der Gewinn, der ihm entsprang. Erstrebe nie der Tatenfrucht, noch fröne je dem Müßiggang. Vers 2.48 Mit Gleichmut führe aus dein Werk, ob gut, ob schlecht, der Ausgang sei, von dem Begehren löse dich. Gleichmut ist Yoga zweifelsfrei. Vers 2.49 Erhaben ist nur jene Tat, die nichts verlangt, die selbstlos bleibt. In dieser Einsicht suche Schutz, erbärmlich ist, wen Lohnsucht treibt. Vers 2.50 Denn jenseits von Verdienst und Schuld, da ist der einsichtsvollen Pfad. Drum weihe ernst dem Yoga dich, er ist die Kunst der rechten Tat. Vers 2.51 Die Weisen, welche sich bewusst von aller Sucht nach Lohn befreien, Die gehen, erlöst von Wiederkehr, zur leidentrückten Stätte ein. Vers 2.52 Hat sich dein Denken einmal erst vom Wirrsaal allen Wahns entfernt, Siehst du gleichgültig auf all das, was du noch nicht und einst gelernt. Vers 2.53 Wenn die Vernunft nicht mehr bedrückt von aller Überlieferung schein, Gesammelt, unablenkbar ruht, ist wahre Selbsterkenntnis dein. Fußnote 3 Samadhi Vollständige innere Sammlung und Konzentration Der menschliche Geist ist in ständiger Bewegung, da er auf all das reagiert, was ihm Sinne, Vorstellungskraft, Gedächtnis, Gefühle und Wünsche zutragen. Die Aktivität des Geistes erzeugt unablässig Wellenbewegungen auf dem See des Bewusstseins, sowie Gegenstände, die in das Wasser fallen und Winde, die über seine Oberfläche säuseln oder hinwegfegen. Dieses See schimmert in immer neuen Spiegelungen, die gebrochene Abbildungen der Wirklichkeit wiedergeben. Sich selbst überlassen würde er niemals zur Ruhe kommen. Das Praktizieren von Yoga führt dir der notwendigen Ruhe und Ausgeglichenheit des Geistes. Bächen gleich fließen nun die Sinneseindrücke, Gedanken, Erinnerungen und Wünsche in den See, ohne ihn aufzuwühlen und zu trüben. Erst dann wird das wahre Selbst sichtbar, das einem Juwel gleich auf dem Grund des Sees liegt. Es ist eine Erfahrung, die weder als subjektiv noch nach materiellem Verständnis als objektiv bezeichnet werden kann. Dieser Bewusstseinszustand wird Samadhi genannt und geht über Wachen, Jagrat, Träumen, Swapna und Tiefschlaf, Shushupti hinaus. Vers 2.54 Arjuna sprach Erkläre noch ein Merkmal mir, sag mir, wie der spricht, sitzt und geht, der stets gesammelt und vertieft, in Weisheit fest gegründet steht. Vers 2.55 Schrie Krishna sprach Wer jede sinnliche Begier, o Sohn der Brita, von sich weist, zufrieden in sich durch sein Selbst, den Tapfrär nennt man fest im Geist. Fußnote 4 Atmani eva atmana Durch das Selbst, Atman, in sich selbst zufrieden, Tushti, findet Vishwanath Jagavarti Thakur schreibt zu diesem Vers Wären sie, die sinnlichen Wünsche, Manugatan, eine innere Eigenschaft der Seele, könnten sie nicht aufgegeben werden, so wie das Feuer niemals die Hitze aufgeben kann. Vers 2.56 Wenn eigenes Leid nicht niederwirft, kein Freudentaumel überwandt, wer frei von Gier, von Furcht und Zorn, der wird ein weiser Mensch genannt. Vers 2.57 Wer weder lobt noch mürrisch wird, ob Glück, ob Unglück, ihn befällt, in allem frei von Leidenschaft, der ist gewiss ein Geistesheld. Vers 2.58 Die Schildkröte, berührt man sie, zieht alle ihre Glieder ein, so halte von der Sinneswelt, wer standhaft ist, die Sinne rein. Vers 2.59 Die Sinnendinge, nicht der Trieb, entschwinden dem, der sich kasteit, der Drang nach ihnen schwindet erst, schaut er die höchste Herrlichkeit. Vers 2.60 Mitunter, Kuntis Sohn, geschieht, dass der Verstand des Weisen irrt, dass ihn der Sinne übermacht und Sinnesleidenschaft verwirrt. Vers 2.61 Drum, wer die Leidenschaft bezehnt, mit Herz und Sinn mir zugewandt, wer seiner Sinne Meister ist, nur der wird fest im Geist genannt. Vers 2.62 Wer nachsinnt dieser Sinnenwelt, der wird auch bald ihr zugeneigt. Aus Neigung dann, entsteht Begier, und aus Begier wird Zorn erzeugt. Vers 2.63 Der Zorn schafft Wahn, und durch den Wahn Gedächtnisstörung bald entsteht. Gedächtnisschwund trübt die Vernunft, fehlt sie, der Mensch zugrunde geht. Fußnote 5 Das indische Märchen von der Rose und der Nachtigall illustriert, welchen Einfluss das Begehren auf die Vernunft haben kann. Ein Mann besaß einen Garten mit einem wunderschönen Rosenstrauch, den er über alle Maßen liebte. Eines Tages sang eine Nachtigall in dem Rosenbusch, was den Gartenbesitzer freute. Doch dann musste er mit aufkommendem Ärger beobachten, wie die Nachtigall in den kurzen Pausen während des Singens die schönste Rosenknospe zerzupfte und zerpflückte. Er spannte ein Netz über dem Weg aus und streute Körner darüber. Es dauerte nicht lange, und die Nachtigall, hungrig vom Singen und angelockt von dem Futter, verfing sich in dem Netz. Der Mann wollte den Vogel töten, doch ließ er ihn, auf dessen Bitten hin, frei. Die Nachtigall verriet ihm zum Dank, dass in seinem Garten ein Schatz vergraben liege, und er grub ihn aus. Erstaunt fragte er die Nachtigall, wie es denn sein könne, dass sie den Schatz unter der Erde, aber nicht das ausgespannte Netz über der Erde wahrzunehmen vermochte. Da sprach sie, ja, so ist es eben, mit dem Golde kann ich nichts anfangen, die Körner aber begehre ich, und das Begehren macht blind. Vers 2.64 Doch wer von Hass und Haftung frei sich in der Sinnenwelt bewegt, der kommt zu stiller Heiterkeit, weil er die Selbstbeherrschung pflegt. Vers 2.65 Vers 2.66 Dem Unbeherrschten fehlt Vernunft, der Andacht kann er sich nicht weihen, wer findet Frieden andachtlos, wie kann wer friedlos glücklich sein? Vers 2.67 Ein Herz, das nur den Sinnen folgt, wird fortgerissen, dass es wankt, so wie ein Schiff auf offenem Meer in der Gewalt der Stürme schwankt. Vers 2.68 Wer von den Sinnen dingen drum die Sinne klug zurücksteht, hält, Arjuna, dessen Einsicht ist, auf einen festen Grund gestellt. Vers 2.69 Wo Nacht für alle Wesen ist, ist Wachheit dem, der sich bezwingt. Wo jene wachen, da ist Nacht, für den, der nach der Weisheit ringt. Vers 2.70 Trotz der Flüsse, die das Meer füllen, bleibt es ruhig und gelassen. So erlangt den inneren Frieden, wen die Wunschflut nicht kann fassen. Vers 2.71 Wäre jeglicher Begier entsagt von Selbstsucht und Verlangen rein, frei von dem Anspruch auf Besitz, nur dem wird Frieden sicher sein. Fußnote 6 Das Freisein von Begierden und echter Anspruchlosigkeit sind das Ergebnis von Erkenntnis. Eine Weisheitsgeschichte Ein Schüler hatte nach vielen Jahren die Möglichkeit, seinen Meister zu besuchen. Voller Freude betrat er dessen Wohn- und Arbeitsraum. In dem Raum befand sich ein Stuhl, auf dem der Meister saß, und ein einziger Tisch, an dem der Meister arbeitete. Sonst war der Raum leer. Das Fehlen der Möbel irritierte den Schüler sehr. Schließlich fragte er den Meister. Wo sind denn deine Möbel? Der Meister fragte zurück. Und wo sind deine Möbel? Ich bin doch auf der Durchreise, antwortete der Schüler. Ich auch, sagte der Meister. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens beginnt mit dem Verzicht. Ein arabisches Sprichwort besagt, je mehr man besitzt, umso mehr verliert man von sich selbst. Den Brahma-Zustand nennt man dies, wer den erlangt zur Sterbenszeit, ist frei von Wahn und er geht ein zur leidenslosen Wirklichkeit. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Danke, dass sie sich am Herbenszeitbücher von den Schmerz ausfügt. Und wie ist es, was sie sich davon abwärts.